Achtung, nach meinem Kreativtipp folgen jetzt noch ganz wichtige Infos. Schau her und stelle. Ich möchte dir noch aufzeigen, wie du genau sparen kannst. Und zwar Gouni Dekorfarben. Wenn du sagst, die Farben sind so genial, ich will sie am liebsten alle, habe ich dir das optimale Angebot. Im Normalfall kostet die 22 Standardfarben an 16.80 Franken 369.60 Franken. Dann kommen noch 9 Neon- oder Perlfarben dazu an 1950. Geht nochmal 175.50 Franken dazu. Geht ein Total von 16.50 Franken 545.10 Franken, wenn du jede Farbe einzeln kaufst auf der Vorführung. Wenn du dir jetzt das Profi-Set kaufst, zahlst du aber nur 328.20 Franken. Das heisst, du sparst 216.90 Franken beim Kauf, wenn du jetzt das Profi-Set kaufst. Das gibt rund 13 Flaschen Gouni Dekorfarben gratis oder einen Rabatt von 42%. Es geht aber noch besser. Wenn du Gastgeberin wirst, kannst du dir zusätzlich noch 10-20% gratis Produkte aussuchen. Du kommst ein Produkt zum halben Preis über und noch ein Kundengeschenk nach Wahl. Egal, ob meine oder Maxi. Das heisst, es ist eine Ersparnis von bis zu, oder nein, von mindestens 50%. Also sicher auch grösser als 50%. Und wenn du jetzt sagst, es geht nicht mehr besser, es geht noch besser. Wenn du nämlich die Beraterin bist, kannst du neben all dem, also Detail, Detail und Detail, zusätzlich noch zwischen 17-30% Provisionen über. Aktuell auch noch die Schnittmaschine. Gratis. Und die hat übrigens auch einen Wert von rund 54 Franken. Das heisst, es gibt dir sicher eine Ersparnis von über 65%. Egal, wie du bestellst, ob als Kundin, oder Gastgeberin, oder Beraterin, ich bin überzeugt, mit der Goni-Dekor-Farbe hast du das optimale Produkt zu Hause und immer die richtige Farbe für all deine Bastelprojekte. Überzeugt? Bestell sie jetzt bei mir. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Tschüss miteinander. antes.